Jo, da bin ich wieder bei Grimmel Legends und ähm, uns hat sich ja hier letztes Mal ein Wimmelbildchen aufgetan, yippie, ja, jay. Nadelkissen und Monde suchen wir. Monde, 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 ist das ein Mond? Okay, das war die Sonne und die Ratte brauchen wir bestimmt auch? Ne, brauchen wir nicht. Nadelkissen, äh, Nadelkissen. Und dann, ach, das ist das olle, ja, ich weiß, ich weiß, das olle Ding, was wir schon hatten, das ist klar, die Karte gehört bestimmt dahin, dann, es müssen vier Karten sein, okay. Was ist das? Auf diesem Hut fehlt eine Feder. Wo zum Teufel haben wir hier eine Feder? Hier fehlt eine Linse. Gibt's hier eigentlich auch mal irgendwas, wo nix fehlt? Nein, natürlich nicht. Oh. Was? Ah, okay. Okay, ich verstehe, ich verstehe. Jetzt darf ich nur nicht wieder zu viel klicken, ansonsten gibt's hier wieder... ...ein Mindfuck oder was weiß ich. Keine Ahnung. So, dieses. Und dann haben wir schon vier Monde und die anderen sind mit Sicherheit... ...ääh, nicht hier verborgen. Doch. Und der andere... Mond, 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 Mond. Bist du ein Mond? Nein. Mond. Der wird mit Sicherheit hier draußen verborgen sein. Nur, wo? Und wo ist hier noch eine Feder, verdammt? Und wo ist der Fächer und das Kissen und... Oh, Nase juckt. Ah. Hut mit Feder. Fächer. Und Kissen. Kissen, Kissen, Kissen. Springt einem fast ins Gesicht. Boah. Boah. Boah, wo ist die Boah? Hier ist noch eine Karte. Aber wo ist die Boah? Boah, A? Boah? Boah. 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 Was ist die denn? Hallo? Boah. 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 Was ist das? Was ist das? Wozu brauchen wir das? Ich... Verstehe es nicht. Ist das die Linse? Was ist das? Ah. Glasgefäß. Ja, das war... Total ersichtlich. Aber wo ist der... Was? Ach so. Ja. Das ist... War eindeutig eine Boah, die man sich um den Hals schlängelt. Ich dachte jetzt eigentlich an so eine... Original-Schlange und nicht an so eine... Billige Halskrause da. Porträt. Parfüm. Nadelkissen? 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 Du? Du? Ist das die Linse? Nein. Ist denn hier ein blödes Nadelkissen? Ich verzweifle hier. Es ist doch... Das ist es. So. Brille. Da brauchen wir die Linse. Und einen Mond brauchen wir noch. Ist der vielleicht doch hier noch versteckt? Mond? Mond. Ich finde ihn einfach nicht. Wo ist der Mond? Und wo ist die blöde Linse denn nur? De? Mond? Jetzt hängen wir hier fest. Ich glaub's ja nicht. Kann ich nach zwei Minuten gleich einen Tipp nehmen, oder was? Nein. Ich werde bei einem Wimmelbild keinen Tipp nehmen. Nein, nein, nein. Niemals. Niemals nie. Auch wenn wir hier fünf Stunden abhängen müssen. Aber wo ist denn hier eine Linse? Verdammte Angst. Oh. Der Kollege spielt wieder Wasteland 2. Ich glaube, das erscheint hier gar nicht bei die X-Story in der Aufnahme. Oh, Mann, ey. Ich kotze hier hin. Wo ist hier die blöde Linse? Und wo ist der blöde... Scheiß Mond. Die Linse muss ja eigentlich irgendwo hier sein. Ne? Ne, muss ja eigentlich irgendwo hier verborgen sein. Nur... Nur wo? Wo ist hier die Linse? Oh, Gott. Ich find's ja einfach nicht. Das hier sieht auch aus wie eine Linse, aber es ist keine. Und einen Mond find ich hier auch nicht. Kann man den Beutel öffnen? Hier kann ich so viel klicken, wie ich... Oh, ne, kann ich nicht. Ja, ist gut. Komm. Hier darf ich doch nicht so viel klicken, wie ich will. Das gibt's doch nicht. Kann man hier vielleicht irgendwas wegziehen oder so? Oh. Ja. Ja. Ja, Konzentration ist gefragt. Ich konzentriere mich ja schon, aber ich find's einfach nicht. Domino-Stein will ich eigentlich auch nicht machen. Wie geht denn das? Äh, was? Hä? Okay. Hoch. Ähm. Um. Und das war's jetzt, oder? Was? Blitzschnell. Äh, ein Glasgefäß haben wir gefunden. Äh, super. Äh. 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 Ein Rabe fliegt hierher. Das haben wir schon. Nur was will der Rabe da? Er hält das fest. Ich habe über Edwards eigentümliches Verhalten nachgedacht. Ich bin mir sicher, dass es eine Möglichkeit gibt, der Welt sein wahres Gesicht zu offenbaren. Jeder Illusionszauber besitzt eine Schwäche. Eine Person unter einem solchen Zauber kann durch Weihwasser, Sonnenlicht, Silber oder andere Dinge verwundet werden. Wenn wir Edwards schwachen Punkt finden können, wenn wir Edwards schwachen Punkt finden, können wir ihn bekämpfen. Viel Glück. Danke. Oh, mach's gut, Rabe. Das war mit Sicherheit die, ähm. Ja. Ich frage mich, was ein schwacher Punkt sein könnte. Ich mich auch. Das war bestimmt die Kräuterhexe hier. In Raben gestellt. Und jetzt gehen wir als erstes mal in den Stollen. Der ist natürlich jetzt sackfinster. Es ist zu dunkel. Ich brauche mehr Licht. Einfangen. Damit. Klühwürmchenlaterne. Ja, ist klar. Das ist besser. Äh, was? Hä? Äh. Hä? Was soll mir denn das jetzt helfen? Ach, die Symbole. Ich trottel. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich gucke alles da drauf und denke, hä? Was soll mir denn das nützen? Und statt ich mir das gleich angucke hier. Oh, mein Gott. Natürlich. Das kann sie jetzt plötzlich mit ihren Händen wegmachen. Selbstverständlich. Zum Keller. So, ich sollte jetzt gleich unter der Stadt sein. Herakles, durchquere das unterirdische Labyrinth. So, was haben wir denn hier? Erstmal so ein Geist. Einen Schlüssel. Da kommt sie natürlich nicht dran. Was macht sie hier? Was? Die Wollknäuel? Ich weiß auch nicht, was die hier macht. Oh, das Gätzchen will den Wollknäuel, äh, will die Wollknäuel haben. Die Wollknäuel? Äh. Okay. Ja, klauen wir den einfach. Wo will denn die Katze hin? Hier ist ein Illusionsding, oder? Nö, doch nicht. Da, aber da. Gut, das haben wir angesehen. Da ist nix. Dann können wir hier auch nicht lang. Da ist nur das. Verschlossen. Ja. Können wir das aufmagneten? Nein, können wir nicht. Aber können wir mit dem Magneten hier. Ja, das Wollknäuel. Aber wie kommen wir da dran? Mit der Katze. Scheint nicht zu funktionieren. Ja, mau, mau. Ah, da müssen wir bestimmt mit dem Magneten doch irgendwas anderes noch tun, von dem ich keine Ahnung habe, was. Geradeaus, nach rechts, zum Dorf. Jo. Herzlichen Glückwunsch. Ah, mit was sollen wir denn unsere Reichweite verlängern? Okay, das kann man aufmachen und dann geht die Katze jetzt da rein. Miau, miau. Oh, groß. Oh Gott, die arme Katze. Oh. Oh, putzig. Und jetzt gib mir das Wollknäuel. Jippie. Fest genug dürfte der Faden sein. Aber jetzt. Und wenn die Katze doch so schlau ist, hätte sie doch eigentlich gleich den Schlüssel holen können. Ja. Was soll's? Was stelle ich hier Fragen? So, Schloss auf und hinaus zur Gasse. Oh mein Gott. Oh nein. Du verdammter. Verdammter. There is no sign of the bear nor Lily's sister in the castle. Are all paths to the village guarded? Not even a mouse could pass. Good. Watch out for Lily's sister. She is the bear's associate and leave a guard at the gate. I can't allow this wedding to happen. I have to sneak inside the inn and speak to Lily. Aber schleunigst, bevor Erdina noch wirklich heiratet und wir nichts mehr unternehmen können. Da ist noch ein Geist. Wow. 17 schon. Ich kann das Rad nicht einfach so abnehmen. Es klemmt. Natürlich kannst du das nicht. Die Korken ist mit Draht gesichert. Kann man auch nicht so abmachen. Das geht hier alles nicht. Aha. Mechanismus, Gitter, Kurbel fehlt. Und was ist das? Eine kleine Schmiede-Werkstatt. Ach, ich weiß schon, wo drauf das hinausläuft. Wir müssen irgendwas mit Merkwürdiges hier zurechtschmieden wahrscheinlich. Ja, ich sehe schon. Ich sehe schon, ich sehe schon, ich sehe schon. Wir brauchen... Hä? Ein Fragezeichen-Button. Ja, wir schmieden uns ein Fragezeichen-Button. Ähm, gibt es hier noch irgendwas? Da unten ist noch so ein Ding. Ja, natürlich. Die Hände passen nicht zwischen die Stäbe. Passt auch nicht. Passt sie vielleicht da hin? Nein, passt auch nicht. Jaja, wir müssen das irgendwie öffnen. Aber wie, das... Weiß hier noch keiner. Und wo finden wir jetzt die Kohle? Ohne Hilfsmittel wird es mir nie gelingen. Oh Mann, ey. Neu, die Klo des Öl. Nein, genau. Kann man das so machen? Nein, kann man nicht. Kann man das hier so machen? Nein, da, da. Man kann hier eigentlich so gut wie nix jetzt machen. Ist das etwas Öl? Höchstwahrscheinlich, mein Kind. Nur verstehe ich nicht, was wir tun sollen. Ich stelle mich wieder allzu doof an irgendwie. Da muss irgendwas aus irgendeinem Beutelchen, muss da reingeschüttet werden. Hier kann man jetzt wieder ganz toll runtergehen. Aber was, was bringt uns denn das alles? Unser Inventar ist total leer bis auf den Kohle-Eimer. Gucken wir auf die Garte. Müssen wir irgendwo Kohle holen oder sowas? Kreuzung. Aktion verfügbar. Können wir aber nicht hin, oder wie? Marktplatz. Gasse. Aber hier ist auch eine Aktion verfügbar. Und die sind ja noch gar nicht freigeschaltet. Da können wir noch gar nicht hin. Aber da sind wir. Hier muss noch irgendeine Aktion verfügbar sein. Nur was für eine. Können wir nicht diese Kelle nehmen? Ja, ja. Kleine Schmiedewerkstatt. Ich hab's ja jetzt langsam verstanden. Nur können wir damit hier nix tun. Draht gesichert. Abnehmen. Es klemmt. Katze vielleicht. Katze vielleicht. Nein. Auch nicht. Das ist doch wohl nicht wahr. Warum hängen wir denn jetzt hier schon wieder? Und warum fällt das hier runter? Hoppla. Was ist das? Ja. Ja. Was? Was ist denn das? Hä? Ein Pisspott. Nein. Es ist Öl. Da ist Öl drinnen. Herzlichen Glückwunsch. Dann nimm doch das Öl. Da ist doch auch Öl. Hier ist die Zange. Können wir alles nicht nehmen. Können wir den Bottich nehmen. Können wir auch nicht. Ja. Das. Jetzt. Das Ding klemmt. Dann nimm doch hier das Öl. Und Öl ist. Mit der Kelle. Zack. Geölt. Rad abgenommen. Dann das Rad. Hier dran. Und zack. Und gedreht. Und das Tor öffnet sich. Was ist das? Ich weiß. Dad? Dank heavens, du bist zurück. Sie sagten mir, dass du das Biest wurde. Ich bin gut, Dad. Es ist nicht der Bär, aber Edward, der Planung zu tun. Er ist nicht wie er sieht. Strange, aber irgendwie wusste ich das alles. Der Mann schlägt unnatürliche Charme und Charisma über andere Menschen. Das ist warum, wenn ich ihn expose, muss er in fronte der anderen sein. Es ist der einzige Weg, um sie zu unserer Seite zu überzeugen. Aber erstens muss ich mit Lilly sprechen. Ich gehe mit dir. Nein, Dad. Ich muss alleine gehen. Silent. Du weißt, ich bin richtig. Ich habe etwas Nützliches gefunden. Metallblume. Und er ist total hilfreich. Er hat natürlich nur eine davon. Aber... Das müssen wir hier basteln. Sieht aus wie eine Giftspritze. Äh. Ich muss die Pumpe ersetzen. Äh. Leerer Tank. Und Wasser bräuchte ich dann auch noch. Ja, na, selbstverständlich. Das brauchen wir alles, hä? Oh. Eine... Nagelschere. Kiste ist verschlossen. Seltsame Aussparung. Ein Naturgeist. Nein, ein Zinnsoldat. Der steckt wirklich fest. Dünnes Schafes, um ihn aus der Ritze rauszubekommen. Ja, ja, ich suche doch danach. Bla, bla, bla. Ich sollte die Laterne lieber nicht mitnehmen. Das Licht verrät mich am Ende noch. Ja, wir haben doch gar keine Laterne mehr. Aber dafür haben wir hier ein Wimmelbild.